Der ein oder andere von euch wird dieses Problemchen hier sicherlich auch kennen. Fällt dir was auf? Irgendwie ist die Mittelkonsole ziemlich dunkel. So wie es aussieht, ist wohl das kleine Leuchtmittel, was den Heizungsregler und so weiter beleuchtet, defekt. Das werde ich jetzt mal ändern. Dazu habe ich einen kleinen Schlitzschraubendreher genommen und nehme mal diese Mittelinsel raus, vorsichtig. Da ist das kleine Leuchtmittel, das kleine Birnchen. Das müssen wir jetzt mal ausbauen. Diese drei kleinen Torxschrauben muss man dafür rausschrauben. Dazu braucht man so einen winzig kleinen Torxschraubendreher. Das ist ein kleiner T8 Torx Schraubendreher Bit. Das sind wie gesagt drei kleine Schraubendreher, die muss man erstmal entfernen. Da sollte man gut aufpassen und die gut an die Seite legen, weil die sehr sehr klein sind. Dann kann man diese Platine entnehmen. Man könnte jetzt auch die Stecker entfernen, aber das wollte ich jetzt hier nicht machen. Man kann einfach die Platine von dieser Sicherheitsinsel entfernen. Das ist die Rückseite von der kleinen Birne, von dem Leuchtmittel. Wenn man die mit den Fingern nicht rausdrehen kann, braucht man einen kleinen Schlitzschraubendreher. Damit kann man dann das Leuchtmittel ungefähr eine Viertelumdrehung verdrehen. und dann kann man das Birnchen entnehmen. So sieht das aus. Ich habe nochmal eine Nahaufnahme gemacht. Ist wirklich sehr winzig. Man sieht es ist eine 12 Volt 1,1 Watt starke Birne. Ich habe dann ein neues Leuchtmittel genommen und dieses wieder in die Platine eingesetzt. wieder mit dem Schlitzschraubendreher fest drehen. Dann hält das. Wenn euch diese Tasten mal aus dieser Mittelkonsole aus der Sicherheitsinsel rausfallen, das ist kein Problem. Die kann man einfach wieder einsetzen. Das ist mit allen Knöpfen gleich. Ihr könnt ja sehen, warum die eingesetzt werden müssen. Sollte kein Problem sein. Jetzt kommt die Platine wieder rein. Diese beiden Nasen müssen in die davor gesehenen Öffnungen. Es wirkt etwas knifflig, ist aber eigentlich relativ einfach zu machen. Jetzt muss diese Kunststoffabdeckung wieder angebracht werden. Die kann man auch nur in einer Position richtig anbringen. So sieht sie richtig. Jetzt müssen die drei kleinen Schräubchen wieder angebracht werden. Wie gesagt, das ist wieder dieser ganz kleine T8 Torx-Bit. Am besten legt ihr euch ein kleines Tuch oder so etwas dahin. Da habt ihr das gesehen. Da ist mir nämlich dieses kleine Torx-Bit beinahe in dem Lüftungsschlitz verloren gegangen. Deswegen legt euch am besten irgendwie ein kleines Tuch darunter, damit euch sowas nicht passieren kann. Weil, wie gesagt, diese kleinen Schräubchen, die sind schnell mal verschwunden. So, wenn alle Schräubchen wieder festgemacht sind, kann man die Mittelsicherheitsinsel wieder einklipsen. Erst vorne und dann hinten runter drücken. Dann sitzt diese Mittelinsel auch wieder fest. Jetzt habe ich einen kleinen Funktionstest gemacht. Das ist leider nur etwas schwach zu sehen. Aber man sieht, dass die Mittelkonsole wieder beleuchtet ist. Jetzt sieht man also auch wieder, wo man die Heizung bedienen kann. Wunderbar, wieder was geschafft. Ich freue mich, dass du dir mein Video angeschaut hast. Wenn dir meine Videos gefallen und wenn du noch mehr von meinen Videos sehen möchtest, dann abonnier doch am besten jetzt kostenlos meinen YouTube-Kanal. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn du mir jetzt einen Daumen hoch geben würdest und wenn du einen netten Kommentar zu meinem Video hinterlassen würdest. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis dann!